Wenn er frisst, dann will er auch seine Ruhe haben, ja, man muss, du hast den Hund, ich dachte mal, garantiert 15 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wie alt bist du jetzt? Zehn, das sind 25, da bist du hier, da bist du gleich verheiratet und da müssen wir den Hund gar nichts wissen.